Es ist eine große Frage, wenn man keine Leute auf Bananen hat und man einfach wartet auf den Weg. Wenn die Leute auf Bananen suchen, wir sehen niemanden. Wir schauen einfach nach. Eine Minute brauchen wir nur eine Scheißstrecke auszusuchen. Sind die AFK oder wollen die mit Absicht verarschen? Da werden 3 Strecken zur Autobahn angegeben. Davon kannst du die eine auswählen. Oder du gehst auch zufällig. Und wenn du nirgends nicht entscheiden kannst, dann ist es halt zufällig. Ich weiß nicht, was daran so schwer sein kann. Der Müll hat schon wieder in der Lobby. Schon wieder 1.000 Japaner. Eklige Amerikaner. Wie schon, besonders wie Amerikaner. Die Japaner haben jetzt 12 oder so. Das ist 8. Das ist 8. Das ist 8.